Was geht und herzlich willkommen zu... Beim Löttoparkplatz kommen sie heute hier. Du musst dich bringen. Ja, ich weiß. Wir sind in der zweiten Folge von Let's Play Minecraft. Gesundheit. Das weiß ich nicht. Egal, nein. Wieder mit dabei, ihr wisst wer mit dabei ist, das muss man nicht nochmal erwähnen. Wir haben beim letzten Mal, ähm, haben wir... Es wird eh dunkel. Geil, dann können wir direkt pennen. So, und dann können wir... Einfach die Fackel. Ja, wir müssen sowieso... Also, was auf jeden Fall klar ist, ist, ähm... Ich brauche Ressourcen. Ich werde hier noch wahrscheinlich etwas ausbauen. Ihr macht, weiß ich nicht... Ja, ich werde... Ja, ich such halt noch mehr Fleisch halt und... Ich weiß nicht, ob ihr beide vielleicht eventuell... Was? Ihr könntet ja hin und wieder zum Beispiel, äh, eventuell mit aufnehmen. Weiß ich ja nicht, ob ihr das wollt. Scheiße, ich weiß nicht mehr, was man dafür drückt. Ja, ansonsten machen wir das in der nächsten Folge, wenn dann oder falls überhaupt... Ja, ne, würde ich halt überhaupt dann auch so sagen, dass wir... Ja, eventuell das halt bei der nächsten machen. Ja, gut. Sein Problem ist halt, ich muss so schnell wie möglich, muss dann jemand immer wieder die Dinge aufnehmen holen, dass ich die löschen kann, weil... Ja, die muss keiner holen, die kannst du ja mittlerweile über Nachrichten... Ja, oder so, weil ich die ja danach löschen muss, weil du weißt, wie viel Speicher das wegnehmen. Ja, das Verschicken dauert nur, aber... Ja, egal. Bei deinem Internet in zwei Sekunden schon fertig, nein. Ich darf nur bei unserem Internet. Gut. Ja. Nein. So. Äh. Fuck. Ähm. Ich habe eine Spitzhacke und ein Schwert und meine Spitzhacke ist fast kaputt. Ich habe ganz viel Holz geholt, ich fange schon mal an, das Haus zu bauen, ihr sammelt Ressourcen. Hier. Ich baue das Haus nämlich einfach hier. Tja, da. Oder? Hallo! Ja. Ich habe eine Idee. Wir können ja erst mal Fleisch suchen, wir können doch hier unten die Mine, die du... Also du weißt, die Hülle, die du da gefunden hast, können wir beide eigentlich, wenn wir ein paar Schwerte und so gemacht haben, rein und halt Kohle und hier Eisenerze abbauen. Hm. Hm. Nee. Ach. Ja. Ja. Und dann mal zu, weil es sollten wir bei der nächsten Aufnahme mit aufnehmen, ist das praktische Fall zu dem, weil so wie der redet, kann man das manchmal nicht verstehen. Nein, Spaß. Aber kannst du das nämlich per Nachrichten einfach sogar bei der Blastischen den schicken und kannst dann die Aufnahme sogar löschen, dann kann er das einfach so nämlich schneiden und so weiter alles. Das heißt, der muss nicht extra mit so einem bescheuerten Stickieren kommen. Eigentlich praktisch auch nicht. Ja, das stimmt. Ja, weil dann sieht man ja auch manchmal bei manchen Videos auch unsere Sicht. Das wäre ja voll geil. Das wäre der Räucherofen. Ja, jetzt komm. Ja, aber was soll man als erstes mal ein erster rein oder erst Fleisch suchen? Also ich will nicht, ich komm da rein, aber ich will halt so, dass wir Kohle und so alles schnell abbauen können, Eisen, er hat's. Ich brauche nur einen normalen Ofen. Gibt's auch normale Ofen? Ich mein, ich hab ja auch noch genug Essen. Ja, okay, dann lass erst Dings holen. Ich hab hier nämlich noch Eisenspitze. Hä? Das ist doch... Ja, ich hab keine Eisenspitze. Wie Schmelzofen, hä? Äh! Ah, Schmelzofen. Räucherofen. Räucherofen. Ich will mal kurz losgucken. Ooooooooooooooooooooooooooooooooh. Alter, ey, mal! Ja, ich dachte gerade, ich f*** die Schloch drunter. Toll, zeig der mir nicht an, das meine ich. Es gibt keinen normalen Ofen mehr. Ist der Schmelzofen jetzt der normale Ofen? Krass. Ah! Ja. Nein, komm mal hier. Du weißt nicht, was ich gerade gemacht habe. Ich baue so nach oben, guck so, fall runter und häng da so, ah! Aber ich dachte, ich f*** die Schloch drunter. Hier drauf kann ich... Nee, ich baue hier kein Haus, das machen wir irgendwann morgen. Ja, ich mach das ja gerade, dass wir wenigstens... Aber wir müssen auch einen Weg haben, dass wir gar nicht mehr hoch rennen können, wenn Leute kommen, als Monster. Oh, oder? Ich würde sagen, ich mache Bretter, Bretter. Sind das Bretter? Ich weiß, wie lange ich das Spiel nicht mehr gespielt habe. Jetzt sei bloß vorsichtig. Boah, ich höre auf mit diesen Türen, das Problem ist, wenn ich FIFA mit Leuten zocke oder was auch immer. Ich höre generell mal irgendwelche Stimmen, die dazu passen und es ist peinlich, sich das dann anzuhören. Ähm... Nein, das darf man niemals machen. Türen... Du bist nur jetzt heruntergekommen. Ich bin einfach kurz ein Stück runtergesprungen. Wir müssen aber gleich mal was da hoch bauen, sonst kommen wir gleich hier nie wieder raus. Ich habe ganz viel Eisenerz gerade gefunden. Ist das nicht geil? Oh nein, das darf ich gerade an Dings verändern. Ja, an ein bestimmtes Lied. Jetzt nicht an Demokratie oder was ganz anderes. Nein. Mhm. Ja. Nein, nein, nein. Ja, eigentlich müsste ich das so machen und dann müsste ich das... Ist das dieses Grünleuchten-Zeug an den Dingern? Daniel. Und was? Dieses Zeug da an den... Stein. Ist das das Grünleuchten-Zeug? Ich weiß halt nicht, wie man es nennen. Ja, das Zeug, was doch geleuchtet hat, diese Pflanzenzeug, die an der... Steine hängen manchmal. Jetzt habe ich... Ja, doch kann sein. Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist ein Blum. Weißt du, du machst mich hier noch mal was? Ich bin auch paranoid, dass du... Ja, ich dachte gerade, das wäre ein Geistergesichter, kleiner, Alter, ohne Scheiß. Das sah gerade eben so gruselig aus. Ich dachte, es rennt einer von euch her und dann war das nur... Bilbo. Ja, aber du guckst schon, dass wir hier irgendwie wieder einen Weg rausfinden, weil es so... Oder könntest du halt eventuell irgendwie so treppen... Ja, du machst ja eh gerade hier nichts. Das ist eh... Was ist das da oben? Was denn? Ja, die Geistergesichter oder was? Ja. Ja, nein, das sind Pflanzen. Das ist normale Blumen. Ich dachte von hier, das wäre ein Gesichter. Deswegen wollte ich ja erst nicht hin. Ja, Hauptsache, ich weiß nicht, was ihr macht, weil ich es nicht sehe. Und ich komme hier nicht rum. Ja, das ist nämlich das Problem. Hätten wir nämlich gerade eben vorhin schon gewusst mit dem Aufnehmen dann... Ja, hätten wir nämlich... Ja, das ist mir zu spät eingefallen. Weil dann hätten die gedacht, boah, wir wollen bei dem besser gucken, ich bei dem Typ, der nichts kann. Genau. Ihr wisst, dass man rein theoretisch auch Folgen im Wechsel machen kann. Ja, könnte man auch. Ne, kann ich nicht ab. Wieso? Ja, ich hasse es so. Dann muss ich ja. Oder... Die Zuschauer sollen entscheiden, ob man eure Sicht zwischendurch sehen soll oder ob die auch Bock hätten auf Wechselfolgen, dass zum Beispiel ein Part von mir aus meiner Sicht halt ist und der nächste Part dann aus der Sicht von einem von euch so, weißt du? Was denn das meine ich? Das Schlimme ist, die werden auch... Nein, das wird gesagt direkt, die Hautscher, du. Ja, ich wette mit dir. Wegen ihm wird auch auf jeden Fall hier irgendwas gesagt mit. Ja, wir werden mal gucken, wenn die das auch machen, weißt du? Dann drehe ich ruhig. Nein. Oder ich meine... Ne, ich mach das hier nicht. Ich brauche eine Truhe. Warum habe ich denn noch keine Truhe gemacht? Du baust einen Weg schon, wa? Dass du wieder auskommst. Und jetzt erstmal ab, damit ich einen Weg bauen kann. Alter! Eine Mine! Hä? Hier ist echt eine Mine. Wie krass ist das denn? Okay, das ist schon mal gut zu wissen, dass das so nah bei uns ist, Alter. Aber das ist ja riesig dann alles. Jetzt hatte ich direkt zwar erst so, ich hatte ja schon eine Truhe. So, dann mache ich das so. Alter, sieht das geil aus. Und klatsche in die Truhe erstmal das Infobuch und dieses Scheiß da rein. Also unwichtige Sachen erstmal. Die wichtigen Sachen kann ich ja noch... Okay, was heißt unwichtig? Du musst mal sagen, wann es dunkel wird. Wow, dass wir vorher noch schnell hier wieder wegkommen. Ja, da muss ich drauf achten. Ich muss ja sowieso noch raus, weil ich muss mir noch eine Schaufel machen und alles. Und Sand habe ich vier Stück. Ich will ja auch mal in die Höhle, weißt du. Aber ich trage dafür zu viel Zeug mit mir rum. Ja, ich will halt nur eigentlich erkunden und schon mal ein paar Sachen so holen. Und ich will ja jetzt auch nicht kommen. Tiefe in die Höhle rein. So, hier das hier könnte dann so ein... Ja, die versteht halt einen Scheiß von hier im Weg machen. Ey. Wie soll ich bitteschen hier hochkommen? Alter. 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 Jetzt habe ich gewartet auf das meine ich. Also wir gehen hier so hoch. Ja. Ja. Ja, merkst du. Mach doch. Ja, ich merk. Warte. Ja, nein, ich meine, wir können ja auch jetzt erstmal wieder hier raus und ich wollte erstmal nur ein paar Sachen sammeln. Ja, aber du musst ja auch noch das und das machen. Warte. Ich hoffe, ich komme da eben ran. Holze, 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 holze. Scheiße. Na, das kann ich direkt hier verbauen. Ne, kann ich doch nicht. Das meine ich. So. Dann. Kann ich direkt hier machen. Ne. Ich muss hier. Hier muss ja auch noch. Aber da hätten ja eigentlich Steintreppen hingemusst, ne. Die hätten besser ausgesehen. Aber nicht die. Ah, die müsste ich ja erstmal provisorisch wahrscheinlich dahin klatschen. Ist ja egal. Erstmal. Dann kann ich die eine Treppe hier auch austauschen. Mit einer Spitzhacke. Ich baue Holz ab. So. Und dann. Muss ich mir mal eine neue Axt machen. Kein Stick mehr. Das meine ich. Axt mache ich mir direkt zwei Stück. Achso. Alter, Mann. Geh doch mal da weg. Geh doch mal da weg. Äh, die Sonne geht jetzt unter, wa? Ja, das ist uns schon klar. Ja, du hast gesagt, ich soll Bescheid sagen. Ja, aber da war ich noch weiter unten und nicht da, wo der Himmel zu sehen ist. Okay, cool. Es tut mir leid. Da kommt Stein hin, da kommt Holz hin. Das werde ich auf jeden Fall noch beschildern. Kohle habe ich keine. Könnte mal bald jagen gehen. So viele Brote habe ich auch nicht. Ich glaube, ich gehe gleich mal jagen. Alter, bist du bescheuert. Erstmal craftig. Doch, ich kann noch Brot machen. Ich mache noch Brot. Tag und Tag. Jetzt überleg mal. Die Sicht von uns wäre wahrscheinlich cooler gewesen als einer. Achso, nein. Ich meine... Was? Ich dachte, ihr wärt hier reingekommen. Ey, wir sind jetzt gerade erst hier. Ja, aber guck mal, wer auch hier drin ist. Ach, Gott. Alter. Alter. Alter, runter. Ja, das sind unsere Betten. Schmeißen raus. Das ist nicht die Kneipe raus. Das ist nicht die Kneipe raus. Das gibt die Todesstrafe. Das weißt ja schon. Ist die Tür zu. Ich kann nicht schlafen. Bis zum Brot ist er in der Nähe. Ehrlich jetzt. Soll ich denn? Hallo, geh mal. Ich kann auch nicht schlafen. Alter. Alter. Kannst du gehen, Mann. Der kennt das nicht, sich zu pissen. Ich habe gesagt, es gibt Todesstrafe. Ich guck mal. Warum mein Bett? Oh, wir brauchen auf jeden Fall mal... Alter! Pa! Die Zombies sehen richtig komisch aus. Die sind komisch. Die haben voll die komische Fresse. Die gucken so. Ja, ich konnte ja auch gerade sehen. Ja, die sind tot. Ich habe mich so verarschen lassen. Was? Dumm bin ich. Ich wusste doch, dass es Kupfer auch mittlerweile gibt, boah. Und ich dachte, ich hätte jetzt so viel Eisen. Ach so. Dann sehe ich hier Roheisen. 13. Und bei den anderen 64, 54. Da bist du ja scheiße. Aber trotzdem Eisen gefunden. Kannst du dich schon hinlegen? Da kommt nächster Zombie, höre ich schon. Da kannst du ja alles ordnen hier. Ich tue jetzt jeden Scheiß hier gerade einfach mal rein. Ja, nur in die Hauptruhe halt. Erstmal die neben dem Werkbank. In der Werkbank. Also wenn du Stein oder Holz hast, da sind zwei Truhen in dieser Tür, wenn du da durchgehst. Warum brüllst du immer? Was für brüllend. Jetzt muss man so. Ja, wenn du Stein oder Holz hast. Normal. Warte ich mal jetzt. Ich kann nicht pennen. Das ist zu weit weg. Hä? Alter, wie unlogisch. Bei einem Let's Player normal. Nein. Du weißt, welchen Insider ich damit anspiele. Nö. Jetzt ohne Scheiß. Weißt echt nicht. Bei einem Alkoholiker normal. Weißt du. Du hättest es ein bisschen anders erklären können ohne diese Scheiße. Da kommt der zwei weh. Ne, er sagt es lieber dann richtig. Ja, normal. So. Ähm. Genau. Ich geh jagen. Aber keine Hühner. Ich stehe nicht so auf Hühner. Aber ich sollte vielleicht vorher hier so einen Turm bauen. Ich meine, man kann sich die Koordinaten aufschreiben. Das schlage ich eh vor. Also wenn ihr irgendwas mal euch merken wollt, dann schreibt in die Handynotizen die Koordinaten oben einfach, damit ihr das wieder findet. Nein. Dann wisst ihr auch immer, wo zuhause ist und so. Nein. Doch. 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 Nein, 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 nein. Keine Tiere, das meine ich. Ich seh gleich noch Herobrine. Eine Spinne. Die kann ich nicht mal essen. Ich mach grad genug Fackeln. Ja, sehr gut schon mal. Ja, ne, ja, nicht für dich. Ja, was soll das denn? Ja, ich geh ja mit Shadow. Ja, alter, das meine ich. Ja, ich muss, ich musste ja auch grad ein paar Sachen machen. Warte. Da war ein Hund. Da war ein Hund. Ich hab nicht mehr Knochen. Oder hab ich Knochen? Ne. Hier ist auf jeden Fall Wasser. Warte mal. Warte mal. Ich hätte eine andere Richtung gehen sollen. Hier sind so viele Bäume. Das bohnt nix. Ich geh andere Richtung. Gut. Boah. Ich musste mich kurz stummen. Ich musste auf einmal niesen. Also noch mehr ging nicht, ne? Ja, ich will ja nur vorsorgen. Jetzt kann man auch noch spitzhacken. Heute sitzt ja auch eben hier. Hauptsache, ihr bereitet euch schon voll auf die Action vor. Ja, ich weiß. Normalerweise war ich immer derjenige, der die Action direkt gemacht hat. Jetzt ihr und man sieht's nicht mal. Nein, nein. Nein. Ah, endlich ein Schwein. Ne, den Spruch hau ich nicht raus. Oh, ein Schaf. Ne, was? Ne, egal. Was? Ich wollte bei dem Schwein sagen. Wie viel Spitzhacken hast du davon? Oder hab ich... Warte. Shadow? Bist du's? Ich kann gleich nicht mehr rennen. Wird ganz viel. Wer? So, die kocht das Essen. Ja, aber eigentlich solltest du mir mal sagen, ob du Spitzhacken hast oder so schon Steinspitzhacken oder irgendwie so Sachen. Wer? Ja, du. Ja, ich hab jetzt... Oh! Drei Spitzhacken. Ja, okay, da dreie ich ja erstmal. Ich meine, du sammelst ja eh dann da drin Steine und den ganzen Kram und Eisenerz und was auch mal. Ohne Scheiß, Hunde sehen übelst süß aus mit diesem Tech-Shop-Pack. Soll ich das Essen direkt mitnehmen oder... Äh, gute Frage. Ich koch grad auch erstmal hier das eine Essen, was ich da auf... Hey, das sieht schon mal so aus, als wird's dunkel werden, obwohl wir Mittag haben. Weißen, das meine ich. Eigentlich hätten wir auch ne Aufnahme haben müssen, aber wir hätten's machen müssen, weil... das ist spannender. Äh, das. Alter, was ist das denn? Und der Typ, der hört auch nicht mal zu, weiß, oder so. Doch, ich muss nur... Ich suche Tiere, verstehen Sie nicht? Ich hätte mich fast in den Tod gestürzt. Ah, hier ein paar Schweine. Schweinischweine. Schweinischweine. Schweinischweine, Alter, ja. Ich weiß, was jetzt reicht mir. Ich muss mal... Wir müssen mal... Ich muss mal auf Tour gehen irgendwann. Wo ist... Alter. Warum? Warum... Hä? Was hä? Ich muss mal... Mal nur kurze Frage, bevor ich das andere beantworte. Was ist? Bewegen sich die Wolken über auf? Nö. Kommt wie so ein Versteiner. Wie das hier, ne? Ne, das liegt am Texture Pack, dass die Wolken so sind. Ja, das hat er wieder nur gemacht, falls er zu blöd ist, um sein Zuhause zu finden. Was? Achso. Egal. Du meinst die Stange auf dem Hügel. Ja. Das ist keine Stange. Ja. Das ist ne Zigarette. Alter, der kann aber nichts anderes denken. Nur Zigaretten. Ach. Was haben sie denn da in ihrem Stutzen? Zigaretten. Das hast du auch nicht vergessen, boah, der Typ. Ist Kittenraucher. Also ich rede nicht von dem, wo wir gerade reden sollen von dir. Alter. Und ich sag auch noch ja. Ja. Das meine ich. Beleidigungen. Nein, Spaß. Oh, hier hat es Holz drinnen. Warte mal. Dann kann ich ja eigentlich das andere nicht drinnen tun. Alter, geil. Was ist denn das Grüne da unten? Ich kann das so schlecht. Da ist Kohle. Aber da komme ich eh nicht dran. Verstehe ich nicht. Weil ich bin so dumm manchmal, ne? Ja. Ja. Jetzt mal eine Frage. Macht ihr das eigentlich auch? Also wenn ihr irgendwo runter guckt und wollt das genauer sehen, beugt ihr euch dann auch so nach vorne, als ob man, wenn man näher am Fernseher wäre, tiefer gucken könnte. Ja. Das ist glaube ich perfekt. Also nicht bei jedem Menschen, aber manche haben es. Das hat sich gerade so korrig angehört. Ich weiß. dass da irgendeine Krankheit wäre. Boah, hier ist auch ein Loch. Oh, das geht sogar richtig tief. Ich habe kurz Herzrasen gehabt, weil ich dachte, ich wäre da runter geflogen. Dann wäre alles weg. Tod noch von vorne anfangen. Oh, du weißt nicht, wie gerne ich dazu schon längst einen Namen eben kurz gesagt hätte, weil dann hättest du es eh rausgeschnitten. Was? Ja, nee, kann ich ja nicht bringen, da wäre ja total bescheuert jetzt. Ja, sag mir nach der Aufnahme. Ja, ja, falls ich das dann noch im Kopf habe, dann ja. Alter, ich hasse, dass ich das Zeug nicht aufsammeln, weil ja dieses scheiß Leder ist. Ich schneide auch den Anfang nicht raus, ne? Also, wenn irgendwelche Fails oder so am Anfang passieren, finde ich das eher sogar vielleicht unnatürlich. Wenn die Begrüßung dann immer das Gleiche ist und alles so Standard wie so ein Roboter. Ja, was für Fails. Das war ja eher ja eben einfach nur was Dummes und was Witziges gesagt worden. Ja, ich weiß. Was ist denn jetzt für eine Scheiße? Ich finde keine Tiere mehr. Ja. 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 Ja, weil da kannst du ja nichts machen. Nee. Ich... Woran erkenne ich, dass es... Oh, guck mal. Das sieht aus. Da kann man nur keinen Vorbesser. Oh mein Gott. Warte, ich kann trotzdem mal hier fucken. Oh Mann, ich hab ja... Mit Bart. Wenn deine Mutter... Du wusstest, dass ich das extra sage. Guck dir das Video besser nicht an an der Stelle, wo ich das sage, weil dann lachst du noch mehr. Warum? Weil ich nur jetzt mal dabei angucke. Ja, ich... Geil. Weißt du, ich dachte mir schon gerade, hey, was meint der? Da muss ja irgendein Skin oder irgendein Charakter bei dem sein. Ach, hier ist Kohle. Sie ist halt jetzt nicht gesehen. Ja, Alter, weißt du, ihr habt schon so und so. Ich seh... Ich müsste mal irgendwo auf den Berg oder... Hier ist ja nicht mal richtig Berg. Ja. Es ist schlau, dass du vorhin sagtest, dass wir halt beim nächsten Mal generell immer mit aufnehmen. Weil dann kann man das halt... Ja. Ja. Ultra HD. Warum hast du ein Skin gewechselt? Ja, wenn das jetzt dieses hässliches Dings ist als Skin, dann raste ich aus. Ja, die Lachschau... Ey, Alter, Steven! Das glaubst du mir nicht? Was? Wo ich eben sagte, mit Bart ist bei uns in die Wohnung gekommen. Ja. Wohnt du nicht bei der? Nein, ich war es am... Ah, fuck. Ich hab mir fast das Headset weggeschlagen. Nein, um... Ich bin aus dem Kotze mit der Faust. Achso, ich brauch nochmal einen Ofen und dann... Holz. Achso, das ist bestimmter Holz. Ich muss dann mal mit der Axt ein paar Baumstämme anmachen. Tu mal so, als ob du da ein Dings bist, Celine. Ja, das wär jetzt eh nicht so schlimm. Ähm... Ne, kannst du nicht bringen. Das wär... Ja, dann kommt das hier schlimm rüber. Ey, bleib mal stehen. Hallo! Was? Der ist gar aus dem Haus gegangen, Frodo. Äh, Pipi. Oh mein Gott, nein, nein. Die sind überall. Soll ich den die ganze Zeit spielen? Keiner wird je checken, was er meint. Nein. Ja, nein. Oh, meine Fresse, ey, Junge. Der Typ, der geht mir wieder so oft hier. Hey, guck mal hinter dir. Es wird dunkel. Es wird dunkel. Ich mein nicht, Daniel. Was? Oh mein Gott. Da, jetzt hab ich's gefunden. Ey, ohne Scheiß. Der ist wirklich so. Der sieht ja aus wie ich. Das ist nein. Das sagt er jetzt nur... Ja, siehst du nämlich... Weißt du, warum der eben... Oh mein Gott sagte, weil er nämlich einer von gewissen Leuten ist. Was? Was? Warte mal. Zeig dich nochmal. Irgendwoher kommt das mir bekannt vor. Hugo? Hä? Wieso, Hugo, Alter? Bist du jetzt total bescheuert? Hä, was hast du denn eigentlich für ein Skin? Keine Ahnung. Das sieht aus wie ein Standardskin, wie Steve oder so. Wahrscheinlich nur mit einem anderen Dings. Na, weiß ich nicht, ob das... Man kann das doch normal benennen, boah. Ich verpiss mich jetzt hier ganz schnell nach Hause. Es ist ja schon dunkel. Man sieht gar nicht, wenn's Nacht ist, weil der Himmel so hell ist. Ganz schnell, Tür zu. Ja, klar, Tür zu, Junge. Alter, ich häng. Ja, kurz einen Schluck trinken. Meine Fresse. Was soll das? Kannst du mal weg gehen? Alter, warum hängt die... Warum hängt die über den Arm so komisch? Ihhh. Ja, wie, was? Steam sieht aus, als ob die gleich geäfft... Also du... Als ob du gleich geäfft fühlst und Daniel, keine Ahnung. Ja, aber wieso? So komisch mit dem Bein oben. Ich seh's ja nicht. Ich seh nur diese scheiß Pommes hier vor mir und... Pommes. Ja, das sieht halt echt aus wie so ne Pommes mit so total... Das sind... Ja, Chili Cheese Soße. Warte, ich mach' den Bild. Nächste mal Daniel. Chili Cheese Pommes. Schicke ich... Also, schicke ich euch welcher. Ja. Oh, du lässt es. Nein. Hä? Wurde hin? Ach so. Hä? Hä? Aber warum hast du ein Standard-Skin? Warte ich nicht. Das ist kein... Alter, weiß das. Die hat doch vorhin extra den Skin gewechselt. Du hast das nicht vorhin gelesen, Alter. Ja, aber... Ach jetzt... Oh, nee, ey. Jetzt... Jetzt hast du ein Skin, der... Aber du verstehst das nicht. Du hattest eben Steve als Skin die ganze Zeit. Und jetzt hast du einen, der sabbert. Hä? Die hatte doch gerade eben einen mit einer anderen Hautfarbe. Ich hatte einen Bär. Hä? Hä? Bei mir hatte die... Ja, toll. Jetzt konnte ich kein Bild machen. Ich kann das jetzt gerade nicht sagen. Ja, das war der Steve-Skin mit dem neuen Texture-Pack. Deswegen sah das auch so aus, wie diese Villager fressen. Ja, aber... Hä? Ja, aber welche? Wie sah der bei dir aus? Das ist das Problem. Ja, das sah aus wie... Einer von den Villagern. Nur mit anderen Haaren. Nee. Soweit sah bei mir nicht aus. Bei mir sah der aus... Sag ich nach der Ausnahme. Aber nimmst du... Kannst du den nochmal nehmen? Ich hab den doch. Du hast jetzt den einen, den du eben die ganze Zeit nehmen wolltest, um mich zu provozieren mit dem... Nein! Doch! Du spielst gerade. Nein! Die andere ist weg wegen Steven! Jetzt hab ich die andere nicht mehr. Wieso wegen mir? Ja, dann musst du die andere suchen. Alter, guck mal wer hier ist. Steven mit Bart. Jetzt hast du wieder dein Skin von sonst. Ja. So, gut. Ja, du hast... Was hatte die da vor 50? Du hast selber gesehen, dass der mit dem Saban war, oder nicht? Ja. Ja, mit dem Saban war das ja, aber vor dem Saban war so ein anderer Skin. Also... Ja, bei dir war da ein anderer, für mich war da ein anderer als... Ja, warte, ich kann dir den zeigen. Ich hab den nämlich bestimmt im Ankleide zu... Ja, ich kann dir den nicht zeigen, Mann. Warte. Ja. Ja, wie, und jetzt? Du hast immer noch... Ne, da steht ja noch nicht, was du das Ding gewechselt hast. Alter, du bist nicht verarscht und ich hab das Ding gewechselt. Die sah nämlich so aus. Oder? Ne. So sah die nicht aus. Hä? Warum hast du orangenhaare? Egal. Du hast den Steven nur mit orangenhaaren. Ne, die sah nicht so aus. Die Fresse, die sie hatte, war realistischer. Ja, das schon, aber bei mir war es halt... Mann, das kann ich nachher erst erzählen. Ich bin aber nicht vorher, ja. Ja, du hast... Aber ich nehm wieder meinen... Luigi. Was für Luigi? Das sieht aus wie Luigi, weil kein Mensch spielt so was. Oh mein Gott. Ja, mit Bart hat mich ja stoppen. Ja, alter, mein Gott. Alter, die hat die Tür zugemacht, die hat mich umgedrückt. Toll. Mama. Junge, die Nachnahme nicht von, keiner weiß mehr. Boah ey, die geht mal auf den Sack. Alter. Ich sammle die ganze Zeit Essen, statt mal Kohle zu holen oder sowas. Ja, hab ich ja schon, aber die gehört ja nur uns. Ja, aber ich wollte... Ich wollte eigentlich mal ein bisschen... Ja, okay, gut zu wissen. Ich wollte eigentlich mal ein bisschen in eine Richtung auf Reisen gehen, aber ich trau mich nicht irgendwie so weit weg hier. Ich weiß nicht warum. Ja, warum? Machen wir ja auch manchmal und kommen ja zurück. Ich weiß doch, wo... Ja, ich würde aber übelst weit da hinten oben auf dem Berg... Das ist ja egal. Aber ich kann... Alter, ich bin fast tot, herauf. Ich muss mal kurz... Komm mal her. Ich hab mittlerweile... Komm, komm. Komm, komm. Trau dich, komm. Ich muss an den Ofen. Da ist kein Hole drin. Warum ist da Holz unten bei als Brennstoff? Keine Kohle mehr gehabt. Alter, die ist immer noch hier. Na, mein Sohn, komm mal hier hin. Ja, die hat sich in dem Moment zu ihm gedreht. Ja, Alter. Raus. 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 Ich kann wieder Brot machen, das mein ich. Raus. Da piss dich nach draußen. Geh doch. Ich hab die gehauen. Alter, wo mache ich nochmal... Achso, ich muss ja erstmal Stroh machen. Hallo, ist das schlimm, dass ich die gehauen habe? Nein, noch. Ja. Bring sie um. Boah, Alter, wie kann man so... Ja, Alter, nicht hallo. Du verstehst das nicht. Oh, Junge, ey. du hast null sachen da die jemand brauche und das ist ein eichen boot ich versuche doch brot macht da der hauskeit echt dass ich stein und holz hier bei ihm rein tun das brauche ich aber auch wenn ich in der mine bin ja ich weiß war schon dunkel neuer ist noch hell mein gott er schreckt er mich jetzt schon wieder hat da es kann doch nicht sein ich ja kannst du ihr nicht mal gerade nebenan sagen die soll aufhören so also ich werde jetzt also sage ich jetzt schon mal ich wollte essen nicht hauen ich werde in der nächsten folge auf jeden fall auf reisen gehen und mein zeug ein bisschen sortieren erst und uns ist wahrscheinlich und dann würde ich einfach mal sagen bedanke ich mich dass ihr bis hierhin zugeschaut habt wenn ihr keine weiteren videos mehr verpassen wollt dann könnt ihr gerne den kanal abonnieren und die glocke aktivieren dann bekommt ihr auch eine benachrichtigung wenn das nächste video online ist und dann würde ich einfach mal sagen bis zum nächsten mal ciao ciao parkplatz toll